Hallo YouTube, hier ist wieder euer Kai von KaiLabs. Heute geht es darum, dass ich hier in dem Falcon 3 mich durch die Kategorie Ambient Presets durcharbeite und die für euch ein Stück weit spiele. Nicht so sehr in Richtung, dass ich da die ganzen Regler drehe und so etwas, sondern einfach, dass ihr eine Vorstellung davon bekommt, was ihr von diesen Presets zu erwarten habt. Ich werde es dann auch mit entsprechenden Kapitelmarkern im YouTube-Video versehen, sodass ihr dann von Sound zu Sound springen könnt, wenn euch einer interessiert oder einer weniger interessiert, sodass ihr das dann leicht auswählen könnt. Eine Sache muss ich noch erwähnen. Mein Keyword hatte heute irgendwie so einen kleinen Hau und ist dann hin und wieder mal hängen geblieben an einem Ton und da musste ich dann so einen MIDI-Panik auslösen, um das aufzulösen. Aber das hat nichts mit dem Falcon zu tun. Das ist allein ein Hardware-Problem, das ich irgendwann mal in der Zukunft lösen muss. Also ich wünsche euch viel Spaß damit. Es gibt ja noch ein paar mehr Kategorien in dem Falcon 3 und ich werde zu jeder dieser Kategorien ein eigenes Video produzieren und es gibt eine eigene Playlist dafür, nur für diese Presets vom Falcon 3, sodass ihr euch das zu Gemüte führen könnt. Wenn der Falcon 3 vielleicht etwas für euch ist, was ihr euch zulegen wollt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, einfach mal reinzuhören. Okay, ich wünsche euch viel Spaß damit. 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 Ich wünsche euch viel Spaß damit.